31.42. Peter! Magst du dir nicht deinen Plan B überlegen? Weil Plan A auf hohe Chassis ist? Kannst du nicht Gitarre unterrichten oder sowas? Das wird mir so wahnsinnig laut. Ich kann mir nicht die Juli anschauen. Ich kann nicht mehr wissen. Entschuldige, das geht ja so zusammen. Du hast nicht Gitarre unterrichten oder sowas? Für 11 Euro die Stunde.